Here we go again. Gefangen in einer Zeitschleife aus Neujahrsansprachen mit mahnenden Tönen. Gefangen in einer Zeitschleife aus Warnungen aus der Wissenschaft. Gefangen in einer Zeitschleife aus humanitären Krisen. Und doch starten wir 2024 in ein Jahr, das uns noch mehr ins Verderben stürzen könnte. Gleichzeitig starten wir aber auch in ein Jahr, in dem die Chance auf eine humanitäre Kehrtwende noch nie größer war. 2024 kann das Jahr sein, in dem wir die sich auf rechten Abwägen befindende Union wieder zurück an den Tisch der Demokratinnen und Demokraten zurückholen können. 2024 kann auch das Jahr sein, in dem wir den Aufstieg der Neonazis, formerly known as AfD, verhindern können und den braunen Dreck wieder zurück an den rechten Rand drängen. 2024 kann auch das Jahr sein, in dem wir der Ukraine endlich die Mittel zur Verfügung stellen, die es braucht, um Russland aus dem eigenen Land zu vertreiben. 2024 kann auch das Jahr sein, in dem wir Russland durch Sanktionen wirtschaftlich so in die Ecke drängen, dass dem Diktator Wladimir Putin keine andere Möglichkeit bleibt, als vor dem eigenen Volk hinzuknien und um Vergebung zu bitten. 2024 kann auch das Jahr sein, in dem Benjamin Netanyahu wieder die Vernunft ergreift und er die sinnlose und großflächige Tötung im Gazastreifen sein lässt und sich stattdessen wieder auf die tatsächliche Verteidigung gegen die Hamas seines Landes zurückbesinnt. 2024 kann auch das Jahr sein, in dem wir dafür sorgen, dass machtgeile, selbstverliebte Männer in Amerika oder wo auch sonst die Wahlen verlieren und zurück in die Bedeutungslosigkeit sinken. 2024 kann das Jahr sein, in dem wir uns alle, alle gemeinsam an die Hand nehmen, egal ob POC oder Weiß, egal ob Homo, Hetero oder Trans, egal ob männlich, weiblich oder nonbinär, egal ob europäisch oder afrikanisch, egal, was auch immer du bist. 2024 kann das Jahr sein, in dem wir gemeinsam als Menschheit das wohl gefährlichste und größte Problem unserer Zeit konsequent angehen und die Klimakrise nicht weiter eskalieren lassen. Tja, alles nur ein naiver Traum? Die Realität wird mich wohl schon bald einholen. Dennoch, 2024 dürfen auch Träume wahr werden. Und wenn genug Menschen daran glauben und mithelfen, dann können Träume wahr werden. In diesem Sinne wünsche ich ein frohes neues Jahr 2024. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.